Wie mehr steht das denn? Nein. Ja, das war doch klar. Ja genau. Eine Elendböckchen haben wir davon. Achso, das ist die Belohnung. Ah, wir brauchen... Mhm. Wir brauchen fünf Döckchen. Machen wir das mal schnell? Was ist da? Da können wir die schon mal arbeiten lassen mit... Was ist das eigentlich? Ja, geht nicht. So, ähm... Ne, das ist da. Ja. Wie lange dauert das? Nicht lange? Aha. Ja, ist ja klar. So weit sind wir aber noch nicht. So, was brauchen wir dafür? Okay. Sechs Inventarplätze, das ist wohnenswert. Scannbare Objekte Gegner ist mir egal. Strukturanalyse. Machen wir fünf? Mhm. So Katze. Lass mich doch jetzt mal ab. So, was brauchen wir dafür? Kabel und noch mehr davon. Können wir nicht davon noch mehr? Haben wir nicht noch ein paar von den Viechern weggeschlachtet? Nein. Können wir noch Biomasse machen? Wir können Biomasse machen, warum? So. Machen wir schnell. Aber nicht aus Alien-Protein, das wäre vielleicht ein bisschen doof. So. Wir können Alien-DNA jetzt schon zwei Stück machen. Das ist okay. Obwohl, wir lassen es mal. Energiefragment, können wir eins machen. Super. Das heißt, wir können doch nicht übertakten. Was brauchen wir denn noch? Kabels, ne? Kabels. Können wir gerade nicht machen. Aber wir können hier noch was reintun. So. Was fehlt jetzt noch? Platten. Und. Ja. Falsche Richtung. Das wüsste mal. Das reicht sogar. Die können wir ja schon mal wegpratzeln. Ja, super. Aber. So. Das ist so fulfer, wie ich das mache. Aber egal. Und das ist ja nur noch Kabels. Kabels machen wir noch nicht automatisch. Hey. Wo, 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 wo war das? Hilfe. Kupfer. Das war nicht das. Das war nicht das. Das war das. Der Kupfer. Das Kupfer ist zu weit weg. Aber das ist auch bald kein Problem mehr. Kupfer. Achso, ja. Und wir müssen noch zwei, drei Schrauben machen. Ich glaube, das ist der richtige. Ne, es ist immer falsch. Ich muss noch weiter außen rum. Oder wir gehen so und so. Das geht auch. So. Wenn ich weiß. So. Das ist doch. Das ist doch was. Damit können wir schon viel mehr Kabels machen. Und er macht weiterhin die Dings voll. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was wir jetzt als Ergebnis kriegen. Wir machen das alles schön. Wir machen das alles schön. Wir machen das alles schön. Oh nein! Mal. 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 Das geht zum Glück sehr schnell, Katze tränkelt mich auch wieder ab, das ist auch gut. Und dann finden wir raus, aus was diese Intelligenzbeschichtung bestehen, ich weiß es nicht mehr. Warte, können wir, ne wir können nicht, es fehlt wirklich an 6 Schrauben, was das bedeutet, wir machen 6 Schrauben, das ist wunderschön. Aber Schrauben sind nicht automatisiert, sobald wir wissen, wo wir hinwollen. Okay, erzähl mir das. Okay. Okay. Weiß. Du bist so ein Arsch, ne? So, jetzt ist die Frage. Ähm. Oh. Teile. Ich mach's mit ganz vorsichtig, bitte. Rotor. Was macht ein Rotor? Was brauchen wir Rotor? Oh ne. Also wir brauchen 50 Rotoren. Ne. Was brauchen wir? 50 Rotoren. 50 Rotoren. So. Gut. Mhm. Rotoren. Ja. 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 So, das ist genau das Ding. Ich muss rotoren. Ich muss rotoren. Ich muss rotoren. Also wir müssen, wir müssen Schrauben machen. Ganz, ganz neue. Ja. Sollen wir das noch machen? Wir machen das so. Ist mir jetzt egal. Mhm. Achso, ja stimmt. Die verstärkte Eisenkarten. Noch einmal müssen wir das in Hand machen. Wir haben doch nichts mehr. Doch, wir haben Schrauben. Wir bauen jetzt Schrauben. Oh, jetzt können wir verstärkte Eisenplatten machen, wenn wir scheinbar doch Eisenplatten hatten. Gut, okay, machen wir diese. So. Verstärkte Eisenplatten. Was machen wir das? Warte mal. Schrauben und das da. Okay. So, was ist das hier? Das ist die falsche Seite. Das ist schon mal gut. Hier hin. Oh Gott. Wir müssen das alles ganz viel schöner machen. Mann. Dann kommt wieder dieses. Ja, das mache ich aber erst wenn. So. Können wir das bitte? Was fehlt denn? Kabel. Mhm. Natürlich. Oh Gott. Ja. 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 Ich muss ein Stück reinbringen. Oh Gott. Danke. Reicht. Ähm, so. Wir brauchen für den Rotor brauchen wir auch nur diese Sachen. Und für diese hier brauchen wir das da. Hm. Ne. Ich mache Schrauben einmal extra. Ich mache hier mit Schrauben. Ich mache Schrauben. Wo ist denn? Aber hier noch. Noch eins sind das zwei. Das sind zwei. So. Wir bauen einen. Beton. Es ist. Ach es ist herrlich. Es ist herrlich. Ich brauche immer das was ich nicht habe. So. Beton. Von allem ein Stack sollte doch kein Problem sein. Von allem ein Stack. Es ist nicht schwer. Na gut. Oder. Naja. Zumindest mal. So. So. Wir machen einmal. Eine komplette Schraubenfabrik. Ganz separat. Von allem anderen. Indem wir. Hier. Die Miner bauen. So. Der wird auch schon mal. So. Dann. Dann. Bauen wir. Den. Schmelzofen. Schmelzofen. Zack. So. Den. Verbinden wir auch gleich. Nee. Damit. zwei. Und drei. Drei. So. Dann. Stellen wir den auf Eisenbahn. Ja. Ich weiß. Dann. zwei Konstruktoren in Reihe. Oh. eins. Was fehlt. Ach. Ich habe gedacht. Ich habe keine verteilten Eisenplatten. Ich dachte ich hätte genug. Aber warte mal. Erstmal. Nein. Ja. Ja. Und verstärkte Eisenplatten. Genau. Wir bauen noch mehr. Also bauen wir die komplett. Lass mich raten. Empfehlen mir aber dann später. Andere Dinger. So. Okay. Okay. Den bauen wir aber jetzt hier so ein bisschen um die Ecke. Und der baut jetzt Schrauben. Und der könnte auch alles machen. Oh. Warum. Lass mich raten. Es war insgesamt zu viel. Und das heißt wir brauchen jetzt schon. Oh ja. Wir brauchen jetzt schon einen weiteren. Was fehlt. Eisenplatten. Haben wir. Jetzt schon. Oh fuck. Das ist der falsche. só. Okay. Gib her. So. Wir bauen gerade noch den weiteren System. Aber Strom reicht halt nicht aus. Und jetzt steht alles still. So. Davon haben wir genug. Das ist es nicht. Sondern es ist wirklich das. voll bauen weil es kommt ja alles wieder weg so und es muss der aber auch noch irgendwie warte ja stromleitung haben wir noch irgendwo was ja jetzt kommt jetzt wird es aber ein bisschen enger das ist genau das ding ich will ja um haben dann wie sieht es hier aus ja aber nicht viel egal aber das ist nicht das große problem das heißt aber auch dass der jetzt trotzdem von schrauben macht so der macht das da daraus können doch jetzt schon ja gut für zwei präfere katoren sind es soll zerstellen und das muss man sich alles wieder von hand machen in der zeit baut er ja schon mal so können wir jetzt schon wo sind denn die rotoren das brauche ich dafür dass das erschrauben klar gut wir bauen dann noch mal mehr schrauben 1 auf 4 2 3 4 die verstärkten kabel daher dass wir brauchen wir schrauben aber noch mehr schrauben weil wir brauchen auch dafür keine standen hab ich da so angst vor wir müssen jetzt auf die grüne wiese